Ein pH-Sensor macht aus chemischer Information Spannung, also eine elektrische Größe. Eine Batterie wandelt chemische Energie in elektrische Energie um. Grundlage dieser Phänomene ist die Elektrochemie. Wir wollen heute über elektrische Leitfähigkeit sprechen. Hallo und willkommen zu Basiswissen Physikalische Chemie. Unser Thema heute Elektrolyte und deren Leitfähigkeit. Wie bewegen sich Ionen in Lösung? Metalle wie Kupfer oder Silber sind Leiter erster Klasse. Hier geschieht der Ladungstransport ausschließlich durch Elektronen. Hier sehen Sie das Elektronengasmodell von Silber. Die positiv geladenen Silberrümpfe sind fest im Kristallgitter. Die Elektronen sind frei beweglich wie ein Gas. Jedes Elektron besitzt die negative Elementarladung. Ein Mol Elektronen besitzen die Ladung 96.485 Coulomb. Das ist die Faraday-Konstante. Neben Metallen und Halbmetallen sind auch intrinsisch leitfähige Polymere, ICPs, Elektronenleiter. In Elektrolyten geschieht der Ladungstransport durch Ionen. Die Kationen besitzen die positive Ladung Z plus mal E. Die Anionen die negative Ladung Z minus mal E. Wir können einen Elektrolyten z.B. durch die Auflösung eines Salzes in Wasser herstellen. Ni plus und mini minus sind die Zerfallszahlen. Z plus und Z minus sind die Ladungszahlen der Ionen. Dabei entstehen immer genauso viele positive wie negative Ladungen. Deren Anzahl wird durch die elektrochemische Wertigkeit Ne quantifiziert. Aus einem Mol Kochsalz entstehen ein Mol positive Ladung und ein Mol negative Ladung. Ne ist gleich 1. Die Ionen liegen im Elektrolyten hydratisiert vor. Bei elektrischer Leitung wandert die Hydrathülle mit dem Ion mit. Aufgrund der starken elektrischen Wechselwirkungen der Ionen ist die Situation einem Elektrolyten in der Regel alles andere als ideal. Die Situation wurde von Debye und Hückel in der nach ihnen benannten Theorie beschrieben. Die Ionen sind im Elektrolyten durch eine entgegensitzgeladene Ionenwolke abgeschirmt. Dadurch ist die effektive Konzentration A, die Aktivität, unterschiedlich zur Einwahlkonzentration C. Mit dem Debye-Hückelschen Grenzgesetz kann man den Aktivitätskoeffizienten F berechnen. I ist dabei die Ionenstärke, eine Art erweiterte Konzentrationsangabe. Für eine Kochsalzlösung stimmen Konzentration und Ionenstärke überein. Eine Kochsalzlösung der Einwahlkonzentration 0,5 besitzt einen Aktivitätskoeffizienten von 0,7, hat also eine effektive Konzentration von nur 0,35 Mol pro Liter. In einem klassischen elektrischen Stromkreis mit Voltmeter und Ampermeter können wir die Leitfähigkeit eines Elektrolyten messen. Wenn wir in diesem Versuchsaufbau unsere 0,5 Molare Kochsalzlösung geben und 5 Volt Spannung anlegen, fließen 0,25 Ampere. Sie ist entspricht einem Widerstand von 20 Ohm. Nach Normierung auf die Größe der Messzelle erhalten wir eine elektrische Leitfähigkeit Kappa von 5,0 Siemens pro Meter. Dies ist etwa eine Million Mal größer als die Leitfähigkeit von reinstem Wasser. Die Leitfähigkeit eines Mediums ist ein Maß dafür, wie viele Ladungsträger vorhanden sind und wie beweglich diese sind. Bei Elektrolyten hängt die Leitfähigkeit naturgemäß stark von der Konzentration ab. Wir können auf 1 Mol Ladung normieren, indem wir die Leitfähigkeit durch die Konzentration und die elektrochemische Wertigkeit dividieren. Wir erhalten dann die Äquivalentleitfähigkeit Groß-Lambda. Für unsere Kochsalzlösung beträgt sie 10 Millisiemens Quadratmeter pro Mol. Die Äquivalentleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Mol Elektrolyt leitet. Bei idealen Elektrolyten wäre diese Größe konzentrationsunabhängig, also konstant. Bei realen Elektrolyten nimmt die Äquivalentleitfähigkeit mit abnehmender Konzentration zu, weil die Beweglichkeit der Ionen größer werden. Bei unendlicher Verdünnung, also Konzentration 0, können sich die Ionen frei bewegen. Die Äquivalentleitfähigkeit erreicht dann die Grenzleitfähigkeit Lambda unendlich. Die Äquivalentleitfähigkeit ist für starke und für schwache Elektrolyte unterschiedlich. Bei starken Elektrolyten gilt das kohlrauschische Quadratwurzelgesetz, für schwache Elektrolyte gilt das ostfalsche Verdünnungsgesetz. Die Grenzleitfähigkeit von Kochsalz beträgt 12,6 Millisiemens Quadratmeter pro Mol. Diesen Wert können wir erhalten, wenn wir mehrere unterschiedlich konzentrierte Kochsalzlösungen vermessen und nach dem kohlrauschischen Gesetz extrapolieren. Die Grenzleitfähigkeit eines Elektrolyten hat zwei Beiträge, die Ionenleitfähigkeit der Kation, hier grün gezeichnet, und die Ionenleitfähigkeit der Anion, hier rot gezeichnet. Diese Gleichung gilt ebenfalls auf kohlrausch zurück. Es ist das Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung. Aus tabellierten Ionenleitfähigkeiten kann man so für beliebige Elektrolyte Grenzleitfähigkeiten berechnen. In der Regel leisten Anion und Kation einen unterschiedlichen Beitrag zur Leitfähigkeit. Dies wird durch die Überführungszahl T quantifiziert. Das Chloridion leitet zum Beispiel deutlich besser als das Natriumion. Die Überführungszahl T plus beträgt 0,4. Das bedeutet 40% des Leitungstransports in Kochsalzlösung geschieht durch die Kation, 60% durch die Anion. Die Grenzleitfähigkeit eines Ions hängt vor allem von seinem hydrodynamischen Radius ab, das heißt wie groß es ist inklusive Hydrathülle. Kaliumionen leiten zum Beispiel besser als Natriumionen, weil Kaliumionen eine kleinere Hydrathülle haben. In Wasser leiten H plus Ionen und H minus Ionen mit Abstand am besten. Dies liegt daran, dass diese Ionen einen speziellen Leitfähigkeitsmechanismus benutzen, den Grotusmechanismus, der hier dargestellt ist. Mikroskopisch lässt sich die Leitfähigkeit wie folgt beschreiben. Die Ionen befinden sich in einem elektrischen Feld. Die Feldkraft beschleumt die Ionen zunächst nach rechts, bis sie von der Reibungskraft auf eine konstante Driftgeschwindigkeit abgebremst werden. Die Driftgeschwindigkeit hängt ab von der elektrischen Feldstärke Groß E und von der Beweglichkeit U. Die Ionenbeweglichkeit U lässt sich einfach aus der Ionenleitfähigkeit und der Faraday-Konstante ermitteln. In Kochshauslösung besitzt damit das Chloridion die größere Beweglichkeit. Die Chloridionen haben also in dieser Lösung eine größere Driftgeschwindigkeit. Lassen Sie uns zusammenfassen. Für die komplette Beschreibung eines Elektrolyten benötigen wir dessen elektrochemische Wertigkeit, dessen Ionenstärke und dessen Aktivität. Neben der klassischen elektrischen Leitfähigkeit Kappa wurde für Elektrolyte die Äquivalentleitfähigkeit Lambda eingeführt. Dieser setzt sich aus dem Anion- und Kationanteil zusammen. Dieser Anteil kann mittels der Überführungszahlen quantifiziert werden. Mehr Informationen hierzu wie immer in den Büchern, in den ausführlicheren Videos oder in der Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.